In diesem Video zeigen wir euch, wie die Belegung von Veranstaltungen in Marvin funktioniert. Dabei sehen wir in diesem Video hier nur ein Losverfahren. Die Prioritätenverfahren funktionieren ähnlich. Es findet also hier eine Platzverteilung durch Marvin statt. Ihr meldet euch an und bekommt die Rückmeldung, ob ihr zugelassen seid, erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die Anmeldung zu Veranstaltungen mit einem einfachen Belegungsverfahren und Registrierung sehen wir in einem anderen Video. Den Link dazu findet ihr hier in der Videobeschreibung. Die Informationen über die Verfahren und Fristen für die Anmeldungen, die verwendet werden, bekommt ihr je nach Fachbereich per E-Mail oder auf der Webseite. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, kontaktiert einfach eure Studienberatung. Wir können Veranstaltungen belegen über den Studienplaner oder das Vorlesungsverzeichnis. Wir empfehlen den Studienplaner zu verwenden, der ist übersichtlicher und enthält weitere Informationen. Wir navigieren dazu über mein Studium, den Studienplaner mit Modulplan. Und wie dieser Studienplaner aufgebaut ist, das erklären wir euch im Video zum Studienplaner. Und den Link dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. Dabei ist wichtig, Marvin befindet sich aktuell noch in einer Übergangsphase. Das heißt, solange das Prüfungsmanagement noch nicht über Marvin läuft, kann Marvin nicht zuverlässig prüfen, ob ihr die Veranstaltung, die ihr belegen wollt, auch belegen dürft. Zum Beispiel, weil Voraussetzungen für das Modul noch nicht erfüllt sind oder ihr in diesem Bereich nur eine bestimmte Anzahl von Modulen belegen dürft. Ihr seid da selbst verantwortlich für die Veranstaltungswahl gemäß den Regeln eurer Prüfungsordnung. Und bei Fragen dazu wendet euch auch gern an eure Studienberatung. Wir möchten uns jetzt zu einem Pro-Seminar im Modul Modern English Literature and Culture I anmelden. Dazu navigieren wir zum Modul und klappen es auf. Wir finden es im Studienbereich Advanced Anglophone Studies. Hier ist das Modul. Das Modul besteht aus zwei Veranstaltungsgruppen, die klappe ich der Übersichtlichkeit halber mal zu. Das ist einmal eine Veranstaltungsgruppe mit Vorlesungen und eine Gruppe mit Pro-Seminaren. Das heißt, wir sehen also, wir müssen im Modul eine Vorlesung und ein Pro-Seminar besuchen. Heute möchten wir das Pro-Seminar anmelden. Und wie wir die Vorlesung, also ohne Platzverteilung, belegen, das zeigen wir, wie gesagt, in einem anderen Video. Das Symbol mit dem rot-grünen Pfeil bedeutet, diese Veranstaltung ist auch in einem anderen Modul wählbar. Wir müssen sie hier anklicken, damit wir sie hier in diesem Modul belegen können. Also wir klicken mal auf Thomas Hardy. Jetzt schließt sich leider der Baum wieder. Wir navigieren also wieder zurück zum Modul, hinter dem Bereich und dem Modul. Und wir melden uns für ein Pro-Seminar an. Hier Thomas Hardy. Wir können uns für mehrere Pro-Seminare anmelden, aber wir werden nur in maximal einem Pro-Seminar in dieser Veranstaltungsgruppe einen Platz erhalten. Wenn wir hier auf das Plus klicken, sehen wir weitere Informationen, also Lehrende, Raum und Zeit. Die Veranstaltungen ohne Plus werden in diesem Semester nicht angeboten. Also wir klicken also bei Thomas Hardy auf Belegen. Hier klicken wir auf Anmelden. Und wir bekommen eine positive Statusmeldung. Und wir sind angemeldet. Wir gehen zurück zur Übersicht. In der Spalte Status sehen wir hier, ihr aktueller Status, Angemeldet. Das heißt nicht, dass wir einen Platz bekommen haben, nur dass wir uns um einen Platz beworben haben. Das Abmelden ist ab jetzt auch möglich. Wir melden uns direkt für ein zweites Pro-Seminar an. Hier Upstairs, Downstairs. Wieder Belegen. Anmelden. Wir bekommen eine Statusmeldung. Wir sind angemeldet. Und wir gehen zurück zur Übersicht. Angemeldet und angemeldet. Jetzt müssen wir warten, bis Marvin die Platzverteilung vorgenommen hat. Wir haben erfahren, dass die Platzverteilung vorgenommen worden ist. Und jetzt schauen wir nach dem Ergebnis. Dafür gehen wir wieder in den Studienplaner. Also mein Studienplaner mit Modulplan. Wir gehen in den Studienbereich Advanced Anglophone Studies und dort in das Modul Modern English Literature and Culture 1. Wir gehen in die Veranstaltungsgruppe zum Pro-Seminar. Und hier sehen wir, wir haben in einem Pro-Seminar einen Platz bekommen. Wir sind bei Thomas Hardy im Status zugelassen. Für das andere Pro-Seminar haben wir deswegen keinen Platz bekommen. Als Status am Modul sehen wir, Prüfung vorhanden. Das heißt nicht, dass auch schon tatsächlich eine Prüfung abgelegt wurde, sondern nur, dass das Modul begonnen wurde. Alle eure Belegungen könnt ihr auch unter Belegungen einsehen. Dazu navigieren wir über Mein Studium und Belegungen. Oben links ist das aktuelle Semester ausgewählt. Und wir sehen, wir sind zugelassen. Thomas Hardy, aktueller Status, wir sind zugelassen. Wir sehen bei der anderen Veranstaltung, wo wir uns angemeldet hatten, hier, Upstairs, Downstairs. Wir wurden abgelehnt und die Verbuchung der Leistung ist fehlgeschlagen. Und das klingt jetzt erstmal wie ein Fehler, aber das ist richtig. Denn wir haben ja schon eine andere Zulassung in der Veranstaltungsgruppe mit den Pro-Seminaren. Und man kann innerhalb einer Veranstaltungsgruppe ja nur eine Zulassung haben. Von dann bewegungen kann unsere�� Situation sein. Bl 1960.